Noch vor ein paar Wochen hätte Jürgen Kramny wohl nicht so besorgt geguckt. Stuttgarts Trainer gewann Spiel um Spiel und hatte dem VfB nach der Talfahrt unter Zorniger wieder auf die Beine geholfen. Jetzt geht es aber auch für ihn langsam wieder nach unten. Da muss man die Länderspielpause umso besser nutzen. Ich hoffe, dass alle, die irgendwo unterwegs sind, natürlich auch Selbstvertrauen tanken können bei ihren Spielen und das dann auch wieder hierher mitnehmen. Und dann haben wir Darmstadt, das ist ein spezielles Spiel, das wissen wir auch. Und da geht es wieder, die Jungs drauf vorzubereiten in der kurzen Zeit, die wir nächste Woche haben. Und dann eben anders aufzutreten wie jetzt gegen Leverkusen. Prompt wieder unter Druck. Dabei war Kramnys Bilanz mit zwischenzeitlich fünf Siegen am Stück so gut, dass man den VfB scheinbar von der Liste potenzieller Abstiegskandidaten streichen konnte. Doch spätestens nach der Niederlage gegen die Werkself ist klar, der VfB ist noch nicht gerettet. Ja, wir wollten uns natürlich befreien jetzt am Wochenende. Da hätten wir acht Punkte Forschung gehabt, aber es ist nun mal kein Wunschkonzert. Deswegen waren wir ja auch lange Zeit im Abstiegskampf drin. Jetzt haben wir ein bisschen Abstand gehabt und hätten den natürlich ausbauen können. Aber das ist nun mal im Fußball so, dass du dann die Situation so annehmen musst, wie sie ist. Und das werden wir auch tun. Nach der Siegesserie wurden in Stuttgart schon vorsichtig erste Europaträume geträumt. Doch dann kam es anders. Die Schwaben wieder Weltmeister im Auslassen von Torchancen. Nur ein Sieg oder anders vier Punkte aus den letzten fünf Spielen, während die Konkurrenz von unten punktet. Die Realität heißt Abstiegskampf. Ja, fünf Punkte sind zwei Spiele oder fünf Spiele, je nachdem. Wir müssen schauen, dass wir nach unten schauen. Das ist ja eine konfortable Situation, die wir haben. Wir waren auf Platz 16, als ich es übernommen habe. Jetzt sind wir irgendwo im Mittelfeld, haben ein paar Mannschaften überholt. Und da wollen wir natürlich jetzt auch bleiben. Und deswegen wollen wir uns hier behaupten, in dem Bereich, wo wir sind, und nicht weiter nach hinten abrutschen. Und da wollen wir uns hier behaupten, in dem Bereich, wo wir sind, und nicht weiter nach hinten abrutschen.